Updates, die News-Show am heutigen Mittwochabend um 19.50 Uhr genauer gesagt. Ja, News des Tages wie immer hier live auf Twitch bei DERCHO TV. Heute unter anderem mit dem erweiterten Hilfspaket, so heißt es richtig, für die Verbraucher natürlich. Und unter anderem auch gibt es auch ein paar andere News des Tages, wie zum Beispiel Microsoft hat wieder mal Zahlen vorgelegt und im Sport gibt es leider eine sehr derbe Enttäuschung für Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München. Das alles jetzt, es geht los. Willkommen zu DERCHO TV Update am heutigen Mittwochabend. Der letzte Stream schon in dieser Woche. Am Samstag, am Wochenende, gibt es ja auch noch einen Stream. Aber zumindest jetzt schon mal als kleiner Merksatz, nämlich noch nebenbei, dass übermorgen und morgen natürlich kein Stream zu sehen ist. Es gibt im Übrigen auch eine kleine Veränderung für morgen. Morgen gibt es ja auf YouTube ein Update-Spezial. Da werde ich am Ende der heutigen Ausgabe dann noch später etwas zu erzählen. Ja, wir starten durch mit den News des Tages, was den Ukraine-Krieg nämlich angeht. Neuste Entwicklungen dort natürlich unter anderem jetzt hier bei Update. Und zwar gibt es Neuestes aus, wie gesagt, Kiew und Moskau und drumherum. Wladimir Putin, der russische Staatspräsident, hat den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort blitzschnell rasch sein werde, sagte Putin heute in St. Petersburg. Er sagte weiter, wir haben dafür alle Instrumente, sagt er, bei einer Versammlung von Spitzen funktionieren heute in der russischen Stadt St. Petersburg. Und wir werden nicht prahlen, wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen. Ja, die notwendigen Entscheidungen seien bereits gefallen, sagt Putin. Man kann entweder darauf meinen oder auch natürlich feststellen, entweder meint es Putin ernst oder es ist wieder einer von vielen Drohandrohungen der russischen Führung. Die Streitkräfte Russlands haben nach eigenen Angaben eine aus einem Ausland stammende größere Waffenlieferung in der Ukraine vernichtet. Die von den USA und europäischen Ländern an die Ukraine gelieferten Waffen seien bei einem Raketenangriff im Südosten des Landes zerstört worden, erklärte das Verteidigungsministerium Russlands in Moskau. Die Waffen sowie westliche Munition waren demnach in Lagerhallen auf dem Gelände eines Aluminiumwerks in Shapovshaya gelagert worden. Unabhängig konnten aber oder können diese Berichte nicht überprüft werden. Die ukrainischen Behörden hatten ja gestern ohne weitere Details von Raketentreffern auf ein Unternehmen in der Stadt auch berichtet. Der Krieg in der Ukraine, das geht nach Vermutungen des Präsidentschaftsberaters Oleksej Arestrovich, könnte der bis Ende des Jahres dauern. Demnach könnten vor allem neu gelieferte Waffen Ende Mai oder Anfang Juni ernsthafte Auswirkungen auf das Kampfgeschehen haben. Er sagte in einem YouTube-Interview, wie die ukrainische Agentur UNEIN berichte, wir müssen uns auf eine lange Geschichte einstellen. Im Russland, im russischen Ort Belgogrod an der ukrainischen Grenzen, ist nach Behördenvertretern zufolge ein Munitionsdepot in Brand geraten. Dieses befindet sich in der Nähe des Dorfes Traja Neldowka, teilte der Gouverneur des Gebietes, Václav Gladkov, auf Telegram mit. Wie die russische Agentur Interfax berichtet. Gladkov sagte demnach weiter, dass keine Wohnhäuser oder generell auch Häuser an sich, wo Zivilisten wohnen, beschädigt oder zerstört worden seien. Auch von Opfern ist nicht die Rede. Nach eigenen Angaben hat Russland seit Kriegsbeginn in der Ukraine 1300 Raketen eingesetzt. Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Anna Mala, sagte, die Reserven der russischen Streitkräfte hätten sich mehr als halbiert. Und in der prorussischen Separatistenregion Transnistien in der Republik Moldau, also eher im Westen an der Ukraine, ist nach Behördenangaben heute ein Dorf nahe der Grenze zu Ukraine beschossen worden. In dem nämlich auch sich ein großes russisches Munitionslager befindet. In der Nacht zum heutigen Mittwoch seien dort mehrere Drohnen über das Dorf Kolbansner geflogen, teilte das transnistische Innenministerium mit. Am Morgen sei Kolbansner dann von der Ukraine aus beschossen worden. Tote und Verletzte gab es anscheinend nicht. Ein Blick auf die ukrainischen Städte und Gebiete. Die Behörden in der Ukraine erklärten, dass entlang der gesamten Frontlinie in der Region Donetsk heftig gekämpft werde. Die russischen Truppen beschossen die ukrainischen Verteidigungsstellen demnach mit Mörsern, Artillerie und Raketenwerfern. In der Region seien bei drei separaten Zwischenfällen drei Zivilisten getötet worden, teilte der Gouverneur der Region, Pavel Kurilenko, auf Telegram mit. In Schakiv seien in Folge von Beschuss drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden, schrieb der Gouverneur hier der Region, Schakiv Oleg Söniebov, auf Telegram. Die Armee sei von der bereits eroberten Stadt Ischium südlich von Schakiv in Richtung der weiter südlich gelegenen Stadt Barvinkove vorgerückt, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Dabei hätten sie die Ortschaften Svadoni und Velkia Komšu Vacha erobert. In Kiew ist ein Denkmal aus Zeiten der Sowjetunion demontiert worden, das die historische Bande zwischen Russland und der Ukraine symbolisieren soll. Das meldeten Agenturen in der Nacht zum Mittwoch. Wir beseitigen die Bronzeskultur mit zwei Arbeitern, die 1982 im Zentrum der Hauptstadt errichtet wurde, um an die Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland zu erinnern. Das erklärte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitaly Kritschko, auf Telegram. Dann blicken wir auf andere Meldungen, die im Zuge des Ukraine-Kriegs auch noch heute geschehen sind. Die slowakische Präsidentin Susanna Kaptova hat weitere Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte sie, Derzeit laufen Verhandlungen über einen Ankauf der Radpanzerhaubitze Susanna aus slowakischer Produktion durch die Ukraine, heißt es. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky ist nach eigenen Angaben vom Gastgeber Indonesien zum G20-Gipfel im November eingeladen worden, der in Indonesien stattfindet. Der indonesische Präsident Joko Widodo habe ihn eingeladen, teilte Selensky auf Twitter mit. Vom Präsidialamt und vom Außenministerium in Indonesien gab es zunächst aber dazu keine Stellungnahme. Der russische Staatskonzern Gazprom hat, wie angekündigt, die Gaslieferungen Richtung Polen und Bulgarien eingestellt. Das ist ja natürlich auch schon gestern hier bei Update bekannt geworden. Die Lieferungen würden so lange gestoppt, bis die Zahlungen Erfolg seien, heißt es. Zudem hat Russland anderen Ländern mit ähnlichen Schritten gedroht, sollten die Zahlungen beim Staatskonzern nicht in der russischen Währung Rubel eingehen. Ein entsprechendes Dekret von Präsident Wladimir Putin werde nun umgesetzt, sagte der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitry Peskov, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die polnische Klimaanministerin Anna Moskwa erklärte, die Auswirkungen des Lieferstops seien gering. Seit den ersten Tagen des Ukraine-Kriegs habe Warschau auch erklärt, dass es für eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen bereit sei. Der Bevollmächtige der polnischen Regierung für strategische Energieinfrastruktur, Piotr Naminski, versicherte auch, dass nach Deutschland weiterhin Gas über die Pipeline Nord Stream 1 fließe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warf Russland Erpressung mit Gas vor. Die Ankündigung von Gazprom ist ein weiterer Versuch Russlands, uns mit Gas zu erpressen, schrieb von der Leyen heute auf Twitter. Auch der Ministerpräsident Polens, Matthäus Morarecki, warf Russland vor, sein Land erpressen zu wollen. Der bulgarische Energieminister Alexander Nikolov beschuldigte Russland, Erdgas als politische und wirtschaftliche Waffe missbrauchen zu wollen. Russland wies diese Vorwürfe natürlich zurück. Man sei ein verlässlicher Partner und betreibe keine Erpressungen, so Dmitri Peskov, der Präsidialsprecher, weiter. Er wollte nicht sagen, wie viele Länder auf russische Förderung eingegangen sind, ihre Rechnungen für Gaslieferung künftig in Rubel zu bezahlen. Deutschland rüstet sich nun für ein Ende des Betriebs der Ölraffinerie von Schwedt an der Oder durch den russischen Konzern Rosneft. Man habe sich auf allen Ebenen darauf vorbereitet, dieses Problem zu lösen, sagte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einem Video auf Twitter. Rosneft habe kein Interesse daran, dass die Raffinerie Schwedt durch Öllieferung aus anderen Ländern als Russland versorgt werde. Und für den Fall, dass Rosneft diese Raffinerie auch nicht mehr kontrolliere, wolle man Schwedt über den Hafen Rostock mit Öl beliefern. Da die Raffinerie teilweise auch Polen versorge, wolle man das Land hier ebenfalls einbinden, sagte Habeck. Laut dem Bundeswirtschaftsminister werden in Schwedt die verbliebenen 12% des russischen Anteils an Ölimporten auch verarbeitet. Schwedt ist an eine Ölpipeline aus Russland angebunden, offen ließ aber auch Habeck, wie ein Betreiberwechsel in Schwedt eigentlich zustande kommen könnte. Und der weltweit größte Chemiekonzern BASF will wegen des Krieges in der Ukraine den großen Teil seiner Geschäfte in Russland und in Belarus bis Anfang Juni diesen Jahres einstellen. Eine Ausnahme bildet aber das Geschäft zur Unterstützung der Nahrungsmittelproduktion teilte die BASF mit, denn der Krieg berge das Risiko, eine weltweite Nahrungsmittelkrise auszulösen. Schon Anfang März hatte ja BASF bekannt gegeben, in den beiden Ländern erstmal auch oder generell keine neuen Geschäfte abzuschließen. Und natürlich weise ich auch in der letzten Update-Ausgabe vor dem Spendentag am Samstag auch nochmal darauf hin, dass ihr natürlich was tun könnt. Wenn ihr nicht nur, wie gesagt, sagen wir mal, hier nur zusehen wollt, sondern auch helfen wollt, könnt ihr das Ganze machen. Ausrufezeichen Ukraine in den Chat. Funktioniert wieder hervorragend. Ausrufezeichen Ukraine in den Chat. Und schon habt ihr die Möglichkeit hier entsprechend natürlich auch mitzuhelfen. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, auf Social Media teilen. Sprich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Selbst wenn ihr das auf TikTok teilen könnt, wäre ich sehr dankbar dafür. Und natürlich auch in Discords, wo ihr das dürft. Selbst wenn jetzt ein, zwei Streamer zugucken, die halt auch gerne, wie gesagt, das gerne teilen möchten. Am kommenden Samstag gibt es ja dann den großen Spendentag. 60 Euro sind, wie gesagt, in den vergangenen 5, 6 Wochen zusammengekommen. Am kommenden Samstag ist quasi der Abschluss. Der Abschluss bildet nämlich dann auch unter anderem ein Update-Spezial mit den aktuellsten Meldungen aus der Ukraine. Aber auch einen Podcast. Nämlich mit mir und dem lieben Let Metallica zusammen, mit dem lieben Jakob. Wo wir auch gemeinsam den Podcast Zwei Herren am stillen Örtchen machen. Also bedeutet das, dass es eventuellerweise sogar zu einer Premiere kommen könnte. Und Zwei Herren am stillen Örtchen sogar live auf derjo.tv, bei derjo.tv oder generell zum ersten Mal live, auch stattfinden könnte. Infos dazu wird es morgen beziehungsweise übermorgen dann auf derjo.tv.de gehen. Da gibt es dann natürlich auch weitere News zum Ukraine-Krieg. Ja und daher, dass ja nicht nur durch den Ukraine-Krieg, sondern ja natürlich auch durch unter anderem auch andere Maßnahmen, nämlich die Energiepreise jetzt ja auch steigen, hat die Bundesregierung ja nun ein weiteres Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Ende März haben sich ja die Spitzen von SPD, Grünen und FDP darauf geeinigt, dass man uns Verbraucher auch helfen kann, uns natürlich zu sagen, dass wir trotz dieser hohen Energiepreise und trotz der hohen Lebensmittelkosten dennoch irgendwie Geld noch in der Tasche haben, um uns etwas leisten oder uns gönnen zu können. Ja, ein erstes Entlastungspaket ist ja schon vor mehr als vier Wochen geschnürt worden, Mitte März nämlich. Und heute legte das Bundeskabinett natürlich noch nach mit mehreren Gesetzesänderungen. Da muss aber auch Bundestag und Bundesrat noch zustimmen. Welche das sind, das erkläre ich euch jetzt natürlich. Vor allem nämlich auch, klar, nämlich für die Energieabrechnung nämlich. Denn so bekommen Einkommensteuerpflichtige bzw. ja, Einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige, also die, die natürlich ganz normal arbeiten gehen, bekommen 300 Euro. Für Arbeitnehmer wird sie im September mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt. Also die Arbeitgeber können sich diese 300 Euro auch vom Fiskus wieder abholen. Das Bundesfinanzministerium unter der Leitung ja vom Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP veranschlagt insgesamt eine Betraghöfe von rund 13,8 Milliarden Euro. Da diese Einmalzahlung aber auch steuerpflichtig ist, bleiben halt unter dem Strich noch Kosten von rund 10,4 Milliarden Euro übrig. Also 3,4 Milliarden zumindest an Steuern bekommen. Außerdem wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe für gut drei Monate gesenkt vom 1. Juni an bis zum 31. August. Also rein rechnerisch bedeutet das zum Beispiel beim Tanken unter anderem beim Tankrabatt nämlich etwa 30 Cent pro Liter weniger bei Benzin und 14 Cent weniger beim Diesel. Die Mindesteinnahmen für den Fiskus werden so rund auf 3,15 Milliarden Euro beziffert. Die Mineralölkonzerne, das hat auch die Bundesregierung so beschlossen, soll diese Steuersenkungen an die Zapfsäulen weiterreichen. Nicht an die Zapfsäulen selbst, das ist natürlich klar, sondern an die, die tanken müssen. An uns allen hier, die ein Auto besitzen und auch einen Führerschein. In der Kabinettsvorlage wird auch darauf hingewiesen, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen zur Weitergabe des steuerlichen Vorteils an die Endkunden die Aufgaben der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt erweitert habe. Außerdem natürlich auch, neben dem Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket, was ebenfalls im Juni kommen soll, ist auch beschlossen worden, soll für den öffentlichen Nahverkehr bundesweit gelten. Der Bund streckt dafür für die Länder 2,5 Milliarden Euro raus. Die Länder sagen aber, das ist zu wenig. Deswegen gibt es hier auch noch nicht so genau eine Einigung zwischen Bund und Ländern bezüglich des 9-Euro-Tickets. Sie wollen mehr Geld vom Bund natürlich haben, unter anderem auch für den Ausgleich für höhere Energiekosten, die dann natürlich auch entstehen, wenn klar ist, jeder wird es nutzen. Und klar ist auch, dass man entsprechend wahrscheinlich wohl die Kapazitäten erhöhen muss. Wahrscheinlich ein, zwei Busse mehr je Busgesellschaft. Natürlich werden auch an die Familien gedacht. Pro Kind werden nämlich die Familien im Juli eine Einmalzahlung von 100 Euro bekommen. Aber auch die, die Sozialleistungen wie das Hartz IV nämlich beziehen, werden im Juli nämlich eine Einmalzahlung bekommen. Nicht wie die bisher bekannten 100 Euro, sondern 200 Euro. Das sind die ganzen Maßnahmenpakete, die jetzt nun auch durchgewunken werden müssen. Das gilt natürlich als sicher mit der Mehrheit der Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP. Und dann wird entsprechend schon in den nächsten Wochen zumindest vielleicht, und was wir natürlich alle hoffen, dadurch der Geldbeutel wohl wieder etwas schwerer sein. Nicht nur durch das Kleingeld, sondern auch durch die Geldscheine. Aber die Bundesregierung hat heute leider aber auch eine schlechte Nachricht nämlich mit rausgebracht. Denn die Wachstumsprognose ist nämlich im Zuge des Ukraine-Konfliktes und jetzt natürlich des Krieges seit jetzt gut schon zwei Monaten jetzt schon fast nämlich jetzt nach unten korrigiert worden. Anstatt die geplanten 3,6 Prozent, die im Januar noch prognostiziert wurden, wird es für dieses Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von nur 2,2 Prozent geben. Im kommenden Jahr dürfte das zumindest etwas leicht ansteigen, nämlich um 0,3 Prozent auf 2,5 Prozent. Insgesamt aber sei der Ausblick von hoher Unsicherheit gekennzeichnet. Und natürlich bemüht sich die Bundesrepublik auch darum, die russischen Energieimporte zurückzufahren. Denn klar ist, wir sind davon abhängig. Jetzt müssen wir unabhängiger davon werden. So heißt es auch vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die Risiken für die Kommunikatur sind deutlich. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kommt durch den Krieg Russlands eine neue Belastung hinzu. Der Krieg gegen die Ukraine und eine wirtschaftlichen Auswirkungen erinnern uns daran, dass wir verwundbar sind. Ja und Deutschland werde sich Schritt für Schritt, so sagte das Habeck aus der Klammer russischer Importe lösen, sagte Habeck. Klar, viele sagen, Habeck sagt, das geht nicht von heute auf morgen. Andere sagen, es ist möglich. Ja, wenn man das aber will. Und das ist halt natürlich immer noch so die Sache. Wenn man es will. Also ist es ganz was anderes. Zugleich tue auch die Bundesregierung in Berlin alles, um die Substanz der deutschen Wirtschaft auch in diesen schweren Zeiten zu erhalten. Mit einem zielgerechten Schutzschild auch für die Unternehmen. Dies werde auch dann die Ampel zügig umsetzen wollen. Und insgesamt hätten sich die wirtschaftlichen Aussichten hauptsächlich aufgrund des Ukraine-Krieges zwischen Russland und der Ukraine natürlich eingetrügt. Sowohl die hohen Energiepreise als auch die Sanktionen und die gestiegene Unsicherheit belasten natürlich die Wachstumsaussichten der deutschen Volkswirtschaft. Und wie gesagt, weil ja auch die Energiepreise wie Kohle, Öl, Gas sind natürlich auch die Verbraucherpreise in Deutschland nach oben gegangen. Und die Bundesregierung, wie gesagt, erwartet für das Jahr 2022 eine Inflationsrate von 6,1 Prozent und räumte auch ein, dass solche Raten bislang nur zu Zeiten der Ölkrise oder kurz nach der Wiedervereinigung entsprechend beobachtet wurden. Im nächsten Jahr wird die Inflationsrate nach Einschätzung der Bundesregierung mit 2,8 Prozent deutlich niedriger liegen. Aber man muss auch natürlich sagen, es hängt davon ab, was nämlich jetzt noch quasi so anstehen wird. Und das wird noch entsprechend etwas dauern, wenn wir nicht wissen, wie der Krieg da weitergehen wird. Und mit dem Krieg in der Ukraine, denke ich zumindest, geht auch Update Kompakt nämlich weiter, die Kurznachrichten im Überblick. Die Einstellung der russischen Gaslieferung nach Polen und Bulgarien hat nach Angaben der Bundesregierung keine Auswirkungen auf die Versorgung in Deutschland. Derzeit ist die Versorgungssicherheit hier gewährleistet, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die Gasflüsse seien alles in allem stabil. Auch die Speicher füllen sich seit dem 18. März wieder langsam. Die Füllstände liegen bei 33,5 Prozent. Die Lage werde aber sehr genau beobachtet. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auch vor dem Hintergrund vor Warnungen einer drohenden atomaren Eskalation verteidigt. Welche Schritte Russland in dem Krieg noch gehe, liege allein im Ermessen von Präsident Wladimir Putin, sagte die grünen Politikerin im Bundestag, auf die Frage, welche Rolle die Gefahr eines Atomkriegs bei der Entscheidung gespielt habe. Baerbock ergänzte, deswegen können wir auch nichts komplett ausschließen. Bei einem Brand in einem Maststall in Aarhaus im Kreis Borken sind rund 2000 Schweine gestorben. Das Feuer war am Dienstagabend in dem Dorf Altstätte nahe der niederländischen Grenze in etwa 1800 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte demnach bereits das gesamte Gebäude in voller Ausdehnung. Was den Großbrand am Dienstagabend auslöste, war zunächst nicht bekannt. Es wurde mit einem Millionenschaden gerechnet. Die ukrainische Fußballliga, die Premierliga, bricht ihre Saison wegen des russischen Angriffskriegs ab. 2022 wird es keinen Meister geben. Alle 16 Vereine der höchsten Spielklasse hätten dieser Entscheidung zugestimmt, teilte die Liga mit. Der Tabellenstand vom 24. Februar sei damit der endgültige. Der Spielbetrieb in der Ukraine war seit Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar bereits ausgesetzt gewesen. Nach 18 Spieltagen hatte Serienmeister Schachtjo Donetsk vor Dynamo Kiew geführt. Die Miami Heat haben sich in den NBA-Playoffs gegen die Atlanta Hawks durchsetzen können und stehen im Halbfinale der Eastern Conference. Das 97 zu 94 war der vierte Sieg im fünften Spiel der Serie. Bester Werfer Miamis war Victor Opadio mit 23 Punkten. Die Heats treffen nun entweder auf die Philadelphia 76ers oder auf die Toronto Raptors. Philadelphia führt in der Serie 3 zu 2. Die Boston Celtics mit Daniel Theis stehen im Osten schon im Halbfinale. Im Westen liegen die Memphis Grizzlies gegen die Minnesota Timberwolves und die Phoenix Suns gegen die New Orleans Pelicans je 3 zu 2 in der Serie vorne. Ja, soviel zu Update kompakt zu den Meldungen von heute. News natürlich, andere News auch noch auf derchotv.de. Und natürlich noch die Corona-Zahlen im Überblick. In den vergangenen 24 Stunden gab es laut Robert-Koch-Institut, laut Daten des Robert-Koch-Instituts, 141.661 neue Corona-Infektionen. Somit gibt es insgesamt, die dem Robert-Koch-Institut gemeldet wurden, 24.479.055 Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle ist um 343 auf nun 134.832 Todesfälle gestiegen. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei 21.885.900. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland bundesweit ist wieder etwas gesunken auf 887,6. Die Sieben-Tages-Inzidenz der Hospitalisierung. Der Stand der Dinge in den Krankenhäusern liegt nun bei 5,58. Blicken wir auf die Bundesländer. Niedersachsen im Moment mit der höchsten Inzidenz, meine Güte, das Reden fällt mir auch langsam schwer, bei 1.339,4. Deutlich über den Bundesdurchschnitt. Und Berlin bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von genau 500. Ausrufezeichen Corona-Zahlen wisst ihr mehr. Natürlich dann immer morgens, jedes Mal mit neuesten Zahlen. Heute ein bisschen länger gedauert, weil anscheinend das Robert-Koch-Institut da noch ein bisschen mit den Daten noch nicht zu der Zeit, wie es hier bei DERCHU-TV veröffentlicht wird, noch nicht, sagen wir mal, verarbeitet hat. Und jetzt kommen wir auch mal wieder zur Corona-Pandemie. Blicken aber nicht nach Deutschland. Wir blicken in die Schweiz. Lecker, lecker, lecker aus in die Schweiz. Ja, egal. Gut, nämlich das Schweizer Bundesamt für Gesundheit, kurz auch BAG, nämlich hat im ersten Pandemiejahr, so heißt es nämlich, seine Aufgaben grundsätzlich gut bewältigt. Sagen Sie selbst. Ja, jedoch sehen Expertinnen und Experten aber besonders bei der Vorbereitung, bei der Krisenvorbereitung und auch beim Krisenmanagement auch Verbesserungspotenzial. Also vor allem hat ja auch dann, ja, man muss es so sehen, nämlich, nämlich, ist nämlich Folgendes nämlich passiert, dass die Regierung nämlich schon vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie oder sagen wir mal im Pandemiejahr 2020, ich muss nicht immer zu Beginn der Pandemie sagen, sondern zum Pandemiejahr 2020, nämlich eine Analyse in Auftrag gegeben. Ja, die Regierung in der Schweiz, nämlich in Bern. Ja, ich sollte aufhören, Schweizer-Dütsch zu reden. Ein Expertengremium mit Vertreterinnen und Vertretern von zwei Forschungs- und Beratungsunternehmen eines Anwaltbüros sowie von zwei inländischen und zwei ausländischen Hochschulen und Universitäten haben nun die Covid-19-Krisengewältigung vom Beginn der Pandemie im März bis zum Sommer letzten Jahres, also 2021, evaluiert. Die Grundlagen für die Einschätzung waren unter anderem eine Bevölkerungsumfrage, die es Anfang letzten Jahres nämlich gegeben hat, sowie auch Experteninterviews und vorhandene Studien, die man auch dazu genutzt hat. Dessen Studienleiter Andreas Balthasar, die kam nämlich zu dem Entschluss, dass die Schweiz im Kern der medizinischen Versorgung erfolgreich war. Das Gesundheitssystem sei nie zusammengebrochen und stets in hoher Qualität gewährleistet gewesen. Auch wirtschaftlich sei die Schweiz vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, sagte er und sein Team. Kritik üben die aber nämlich an einzelnen Maßnahmen, die vor allem zu Beginn der Pandemie zum Schutz von vor allem ja auch älteren Menschen ergriffen wurden. Denn nach Angaben des Teams hätten nämlich die Ausgangs- und Besuchsverbote zu größerem Leid nämlich bei den Bewohnern bei Alten- und Pflegeheimen und ihren Angehörigen sowie zum Teil zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen bei den Betroffenen geführt. Und diese Maßnahme hatte zum Beispiel auch die Folge, dass nämlich Menschen in Altersheimen ohne Begleitung der Angehörigen sterben mussten. Ja, als nicht angemessen wurden auch die Schulschließungen im Frühling 2020 beurteilt. So heißt es im Expertenbericht, diese führten zu großen Belastungen von Eltern, Kindern sowie Jugendlichen und ziehen möglicherweise entscheidende Folgen für die Bildungsentwicklung zahlreicher Kinder und Jugendlicher nach sich. Ja, weiter sei auch die Angemessenheit des Verbots von nicht dringend angezeigten medizinischen Eingriffe auch ebenfalls infrage zu stellen. Als Grund für die Fehler wird die mangelnde Krisenvorbereitung beim Bund, bei den Kantonen, also in Deutschland würde man bei uns Bundesländer sagen, und den betroffenen Institutionen genannt, kommt aus dem Bericht nämlich vor. Das Krisenmanagement des BAG, also des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit, ist es nämlich so, litt laut den Experten zudem auch unter länger bestehenden Problemen, also Probleme, die es schon lange dort nämlich in der BAG nämlich gibt, wie zum Beispiel eine fehlende digitale Strategie und einer fehlenden Lagerhaltung von zum Beispiel Schutzmaterial, Masken, Handschuhe, OP-Klamotten und so weiter. Und das Ganze auch während der Bewältigung der Pandemie konnte man es nicht lösen. Ebenfalls seien Abläufe innerhalb des BAG vorrängig nicht klar definiert worden. Die Krisenhandbücher des Amtes waren nicht bereit, breit, nicht bereit, sondern breit, breit, wie ich breit werde, bekannt. Und auch der Bundesrat, also auch quasi das Parlament der Schweiz, also eher gesagt die Regierung der Schweiz, hat demnach Fehler gemacht. So hat nämlich die Regierung der Taskforce im BAG und nicht den dafür in den Verordnungen zum Krisenmanagement des Bundes vorgesehenen Organen nämlich zentrale Aufgaben des Krisenmanagements übertragen. Ja, die Experten empfehlen dort auch weitere Verbesserungen und so soll das BAG demnach organisatorisch besser auf die nächste Krise vorbereitet werden, wenn es natürlich die Schweizer Regierung auch hinbekommt. Und so sollen da auch dann entsprechend dann Ressourcen geschaffen werden und das Krisenmanagement soll auch regelmäßig geübt werden. Also im Falle einer neuen Pandemie, eines neuen Viruses, dass man dann besser vorbereitet ist. Außerdem soll die BAG auch dafür sorgen, dass wichtige Akteure systematisch in die Vorbereitungen von Entscheidungen und die Umsetzung auch von Maßnahmen nämlich eingezogen werden und soll auch die Qualität und die Akzeptanz der Entscheidungen entsprechend dann erhöhen. In einer möglichen nächsten Pandemie dringt dann auch das Experten-Team auch auf die Berücksichtigung indirekter Effekte von Pandemie-Maßnahmen, zum Beispiel halt auch die psychische Gesundheit. Denn klar ist, viele Angehörige konnten ihre älteren Angehörigen halt nicht in Altenheimen besuchen, was ja jetzt herausgekommen ist. Es sei also auch dringend notwendig, auch die Digitalisierung und das Datenmanagement, was ja auch sehr wichtig ist, im Gesundheitswesen voranzutreiben und verbindlich zu regeln. Sieht also in der Schweiz noch schlimmer aus als natürlich in Deutschland. Apropos Deutschland, dort ist es im Infektionsschutzgesetz im Übrigen festgeschrieben, dass die ergriffenen Pandemie-Maßnahmen von einem interdisziplinaren Expertengremium beurteilt werden soll. Die Einschätzung soll noch bis Ende Juni vorliegen und Ende September veröffentlicht werden. Wird also noch ein bisschen dauern. Und wie nämlich die Welt unter anderem berichtet, gibt es aber Differenzen zwischen dem Gesundheitsministerium und den Expertinnen und Experten. Also kann es doch vielleicht wohl nichts werden. Also noch schlimmer als in der Schweiz dann nur Deutschland. Und dort einer Stellungnahme aus dem Bundesgesundheitsministerium, was ja von Karl Lauterbach von der SPD geführt wird, halten auch die Mitglieder der Kommission die Datengrundlage für noch nicht ausreichend, um die Wirkung der Corona-Maßnahmen zu bewerten und damit auch diesen Teil des Berichts abzuschließen. Trotzdem nehme das Bundesgesundheitsministerium den Sachgrund auch ernst. Man muss aber auch sagen, dann zu dem Zeitpunkt Ende Juni, zweieinhalb Jahre Pandemie. Ich glaube, man hat dann aber auch genug Daten. Vor allem das Hin und Her im vergangenen Jahr mit Lockerungen und so weiter und so fort. Also da muss schon ein bisschen was mit dabei sein. Blicken wir in die Medien und Gaming und Hardware-World. Blicken wir zu Microsoft. Man hat Geschäftszahlen vorgestellt und man hält natürlich wie immer an der jahrzehntelangen Tradition fest, keine genauen Verkaufszahlen zu nennen, was nämlich das hier angeht. Also nicht den Controller, sondern der Controller, der nämlich zu was gehört. Genau, zu einer Xbox. Klugscheißer würden jetzt sagen Xbox One S. Ich meine aber Xbox an sich. Denn nichtsdestotrotz ist aber weiterhin im vergangenen Zeitraum, nämlich im ersten Quartal dieses Jahres, hat sich zumindest Microsoft selbst als Marktführer gesehen. Gegenüber Analysten gab nämlich der CEO von Microsoft, Sataya Nadella, nämlich zu Protokoll, Zitat, Dank unserer Xbox Series S und Xbox Series X Konsolen haben wir weltweit in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen Marktanteile hinzugewonnen. In diesem Quartal waren wir die Marktführer unter den Next Generation Konsolen in den USA, Kanada, Großbritannien und Westeuropa. Ja, auf welche Kennziffer, also wie es genau aussieht, wie viel Stück Zahlen, wie der Umsatz nämlich ist, das liest der Microsoft CEO offen. Da gibt es nichts, gar nichts, null, nada, niente. Also man hat was verkauft, aber es wurden nicht die Zahlen genannt. Ja, der Verweis auf Next Generation Konsolen, also Next Gen Konsolen, ist aber auch als Hinweis zu verstehen, dass man hier nicht nur den Vergleich mit Sonys Playstation 5 herangezogen hat, sondern auch natürlich die Nintendo Switch. Die gibt es ja auch noch. Es ist ja schon länger draußen als die Series-Modelle und die PS5. Also hat man die Switch auch noch mit reingezogen. Der Hardware-Absatz in Sachen Xbox hat laut Microsoft die eigenen Erwartungen im ersten Quartal 2021 auch übertroffen. Das Unternehmen hat insbesondere von einer weitaus besseren Warenverfügbarkeit profitiert. Habe ich eigentlich, nee doch, Warenverfügbarkeit profitiert. Auch in Deutschland ist die Series X durchgängig verfügbar. Im Gegensatz zur PlayStation 5. Schätzt euch glücklich, wenn ihr eine habt. Und für die, die immer noch warten müssen, mein Beileid. Ja, noch dazu, wie gesagt, ist es ja halt auch noch problematisch, sie zu bekommen. Dennoch die restriktiven Shutdowns in Folge von Corona in China nämlich, wo ja eine Zero-Covid-Strategie herrscht, die sehr umstritten ist, wo ja wie gesagt ja auch die Xbox Series X produziert wird, konnten sich aber auch noch negativ auf den Nachschub für Xbox-Konsolen noch auswirken. Für die nächsten Monate erwartet dort Microsoft nämlich auch leichte Rückgänge bei den Konsolenverkaufszahlen, aber auch bei der Service-Nutzung, so aber auch bei der Spielzeit. Weitere Erkenntnisse aus dem Geschäftsbericht vom Windows-Hersteller nämlich oder vom Betriebssystem Windows-Macher nämlich, die Einnahmen aus dem Xbox-Segment sind gegenüber dem Rekord-Weihnachtsgeschäft um weitere 6% gestiegen auf nun 3,7 Milliarden Dollar. Anders als wie bei Sony machen Spiele und Services mehr als 80% auch der Umsätze aus. Nur jeder fünfte Dollar entfällt auf die Konsolen, auf die Controller oder generell auf Xbox zugehört. Das im Xbox Game Pass enthaltene Videospiel-Streaming-Angebot Cloud Gaming von Xbox ist bislang von 10 Millionen Spielern genutzt worden. Die Spielzeit der Game Pass-Mitglieder ist in den letzten 12 Monaten um 45% gewachsen. Im Januar wurde die Zahl der Abonnenten unter anderem mit 25 Millionen beziffert worden. Schon eine große Summe, muss man so sagen. Kommen wir zum Sport, kommen wir zum Tennis. Es hätte eine Wiedergutmachung sein sollen, aber Alexander Zverev ist leider gescheitert. Im Achtelfinale beim ATP-Turnier in München hat er sein Auftaktmatch, er ist ja im Achtelfinale eingestiegen, verloren. Die deutsche Nummer 1 hat gegen den 18-jährigen Dänen Holger Rune mit 3 zu 6 und 2 zu 6 verloren. Zverev musste danach mit den Tränen kämpfen, aber generell auch mit Emotionen. Sein Match bezeichnete er als das Schlechteste in den letzten Jahren. Die Zuschauer, was natürlich auch dann gut besucht war in München, kamen bei dem Auftritt des Deutschen auch aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht geradewegs der Favorit des Turniers bestimmte das Spiel. Vielmehr war es nämlich der 18-Jährige, der in der Weltrangliste im Übrigen auf dem 70. Platz ist. Das Spiel, der mit Mut zum Risiko und präzisen Schlägen den reichlich indisponierten Weltranglisten Dritten schlecht aussehen ließ. Nach etwas mehr als 90 Minuten nutzte dann der 18-jährige Däne seinen zweiten Matchball zum Überraschungssieg. Nach einem bislang durchwachsenen und titellosen Jahr 2022 sollte das Turnier in München, wie gesagt, ja eigentlich eine Wende einleiten. Und zu Turnierbeginn berichtete Zverev noch, Ich habe dieses Jahr angefangen mit so vielen Chancen Nummer 1 zu werden. Das war immer in meinem Kopf. Ich habe mich extrem unter Druck und nicht frei gefühlt. Ja, gerade bei den Australian Open, wo ja im Achtelfinale auch im Achtelfinale Schluss war, habe er sich sehr unwohl gefühlt und auch eine mentale Blockade auch verspürt. Und mittlerweile habe er gelernt, sagt er, um besser auch mit dem Druckgefühl umgehen zu können. Das Spaßgefühl kommt so langsam wieder, so Zverev noch vor seinem Auftritt in München. Doch nun folgte, wie gesagt, der nächste Rückschlag in seiner Tenniskarriere. Bei kühlerer Witterung wurde Zverev von seinem frechen Gegner dann auch richtig kalt erwischt. Sein erstes Aufschlagspiel gab der Deutsche zu Null ab. Unter Mün kämpfte dann natürlich sich Zverev wieder zurück, schaffte das Re-Break zum 3 zu 4, verlor dann aber wieder sein eigenes Service. Und im neunten Spiel vergab er dann zwei Breakchancen und musste sich dann schließlich den ersten Durchgang beim sechsten Satzball von Rune dann abgeben. Im zweiten wurde es dann auch entsprechend nicht besser. Zverev offenbarte dann auch weiterhin Probleme beim Aufschlag und beim Return. Und ja, der 18-jährige Dene Rune, der bei den Junioren die French Open nämlich gewonnen hatte, wusste ich auch noch nicht mal, dass es auch eine Junioren-Waldmeisterschaft bei den French Open gibt, machte weiter Druck und ließ dann im zweiten Satz nur noch einen Breakball zu. Den konnte Zverev nicht nutzen. Natürlich hat sich Zverev danach auch entschuldigt. Klar ist, jetzt erstmal frisch einatmen, vielleicht mal eine etwas längere Pause. Wer weiß, vielleicht tut das mal dem Tennisspieler gut. Soviel Dank von Update für heute, beziehungsweise für die News von heute, von diesem 27. April. Wir schauen mal aufs Wetter. Es wird schön. Es wird wonderful. So sieht es nämlich aus. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken. Es kann hier und da mal ein paar Wolken geben, sonst kann man auch den dunklen Himmel sehen. Temperaturen liegen so zwischen 3 Grad in Bayern und 8 Grad in Nordosten und im Saarland. Morgen dann, am Freitag, oh es wird schön. Sonne, viel Sonne, Sonne satt. Ab und zu sind Wolken dabei. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen so zwischen 12 Grad im Nordosten und 22 Grad im Schwarzwald. Im Südwesten generell werden so bis zu 19 bis 22 Grad erreicht. Wird wunderschön. Oh, ich habe glaube ich noch die Wettergrafik von der Nacht an. Jetzt nicht mehr. So, in der Nacht, nee Quatsch, die weiteren Aussichten für die kommenden Tage. Am Freitag wieder viel Sonne, ein paar Wolken sind dabei. Es ist schön, dass ich die Temperaturen hier aufgeschrieben habe. Toll, aber ich kann es euch sagen, ich habe sie zumindest hier grafisch eingeschrieben. Temperaturen liegen am Freitag nämlich so zwischen 2 bis 21 Grad. Also es wird nochmal richtig schön warm. Am Wochenende geht es dann wieder ein bisschen zurück. In Bayern gibt es dann vor allem wieder ein paar Regenschauer am Samstag. Sonst bleibt es dann am Sonntag auch wieder trocken. Generell wird es im Rest des Landes trocken bleiben. Hier liegen dann die Temperaturen so zwischen 3 bis 16 Grad. So, und soviel dann auch fürs Wetter. Und jetzt noch eine kurze Ankündigung wegen morgen. Ich habe es ja gesagt, morgen gibt es unter anderem ja das Update-Spezial auf YouTube und auf derchotv.de zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Aus logistischen Gründen, so nenne ich das jetzt mal, weiter will ich darauf auch nicht eingehen, wird morgen das Update-Spezial nicht um 18 Uhr, sondern erst um 20 Uhr veröffentlicht. Also es heißt zwei Stunden später als eigentlich geplant. Ich plane sowieso ab nächster Woche die Video-Uploads ein bisschen neu zu verteilen. So wird es zum Beispiel so auch ablaufen, dass ab nächster Woche Game Boy Time nicht mehr um 20 Uhr erscheinen wird, sondern um 18 Uhr sollte ich am Dienstag streamen. Ja, ich habe jetzt erstmal überlegt, es generell mal so zu lassen, dass dann natürlich ihr jetzt nicht 24 Stunden warten müsst. Das ist ja zumindest jetzt bei Update eine Ausnahme, dass ja unter anderem da es jetzt nämlich so ausschaut, dass Update jetzt natürlich kurz nach Ende des Streams nämlich online geht. Sei es, es hängt ja davon ab, wie lange der Stream nämlich natürlich geht. Ja, und wie gesagt, das ist mit Games Live gleich noch im Anschluss der letzte Stream für diese Woche, der reguläre. Am Samstag wird es ein bisschen anders aussehen, da geht nämlich der Stream dann um 19.30 Uhr los und dann geht es nochmal um das, was ich ja schon mal gezeigt habe, Ausrufezeichen Ukraine. Ich weise gerne nochmal darauf hin, ihr spendet, wir streamen oder umgekehrt und dann gibt es natürlich den großen Spendenabend. Wie gesagt, das Geld geht an die Nothilfe Ukraine des Deutschen Roten Kreuzes. Infos gibt es natürlich mit dem Command Ausrufezeichen Ukraine oder einfach mal auf derchotv.de gehen, da gibt es auch alle Infos dazu. Am 30. April, sprich also am kommenden Samstag, gibt es dann um 19.30 Uhr das Update Spezial, eine Stunde lang News und natürlich aktuelles zum Ukraine-Krieg. Und dann um 20.30 Uhr das Derchotv-Special dann hier mit unter anderem auch dem Let Metallica, wo wir dann auch einen Podcast entsprechend machen werden. Natürlich zu dem Thema Ukraine entsprechend auch noch mit dabei. Ja, und natürlich ein paar Spiele wird es natürlich geben und so einiges anderes. Und das war es jetzt mit Update für heute. Hier geht es jetzt wie gesagt weiter mit Pokémon Weiß. Das ist schließlich heute Mittwoch. Update dann wieder am Montag um 19.50 Uhr dann wieder, also sprich im neuen Monat. Heißt also erstmal letzte normale Update-Ausgabe zumindest für den April. Jetzt macht er bald nicht mehr, was er will. Und wir sehen uns dann wie gesagt gleich wieder, beziehungsweise Samstag oder halt bis die nächsten Tage. Tschüss, bis dahin, bleibt gesund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017